Aber wenn ich dann ein Oktoberfest ansage, einmal im Jahr mache, ich erschrecke schon manchmal über mich selbst. Und die Gäste hinterher oder auch die Mitarbeiter, die sagen, du kannst so reden. Ich möchte herzlich willkommen sagen, ich bin Stefan Forster, der Clubdirektor im schönen Saar-de-Germepark. Ja, leider seid ihr nur ein paar Stunden da, jetzt Club-Rundgang, mehr habt ihr nicht. Und dann geht's wieder auf Reisen. Ja, wir werden es sehen, unten auf der Mese bauen wir richtig schön auf. Also wir haben auch 15 Kilo grüne Sauerkraut da, 15 Kilo Weißwurst, Riedelmeier-Senf habe ich organisiert. Und am Sonntag habe ich noch die letzten 50 Weißwürste mitgebracht, also 250 frische Weißwürste haben wir auch für heute Abend. Willkommen bis zum Haus.